Hier stehen Schüler und Schülerinnen, weil sie das mit der Maske einfach nicht schön finden. Und so wie sie gerade gesagt hat, wir hatten Kopfschmerzen und man kann eigentlich gar nicht lernen. Deshalb bringt es eigentlich gar nicht mehr in die Schule zu gehen. Würden Sie mit uns Kindern reden? Also uns betrifft es ja. Würden Sie mit uns reden? Oh Mann. Da sitzen sie in ihren Büros und schweigen. Hasse Masken! Geben Sie mit uns! Zeigen Sie uns, wer Sie wirklich sind! Sehr gut! Bravo! 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 Wir sind da vorne! Wir wollen mehr Kinder hören! Wir haben die Massen! Freie Münder für unsere Kinder! 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 Vielen Dank.